Hallo Landratten und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Sea of Thieves. Im Meer der Gefahren und der Kraken an Bord von... Ne, wir sind ja nicht mehr die Kraken. Ne, leider nicht. Wir haben ja das Schiff leider nicht angemalt. Wir sind auf dem Weg zu unserem Mermaids Cove? Oder wie hieß das? Ne, Mermaids. Doch, ich glaube ja. Irgendwie sowas. Zoom mal ran. Hideaway. Hideaway. Dort wollen wir hin, weil unser Schlüssel sagt, da sollen wir hin. Da brauchen wir einen Steinschlüssel und die Inschrift sagt, die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Bin gespannt, was es da zu finden gibt. Hoffentlich lohnt sich das. Es war eine halbe Weltreise, ihr erinnert euch. Vom letzten Let's Play haben wir da aufgehört und da waren wir ewig weit weg. Und wir sind jetzt auch noch ewig da weit von entfernt. Obwohl, ne, geht, ne? Oh, doch, irgendwie. Und wenn wir es genau nehmen, dann... sieht das hier doch so aus, als könnte hier bald wieder ein Monster erscheinen. Nein. Das hier ist doch, das ist Monsterland hier. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja. Komm, Fischi, Fischi. Wo bist du, kleines Fischi? Komm. Megalodon, wo bist du, hä? Zeig dich! Ich hoffe, wieder bei der Analogie wären. Zupassmophoria. Ja. Ich hoffe, wenn es geklappt hätte. Ich lade schon mal unsere Kugeln. Und Kugelschimmer unsere Ladung? Ja. Und, äh, falls, damit wir vorbereitet und so. Denn, ähm, ich habe es im Urin. Egalodon. Wie, andere im... Gut. Ach nee, wie, wie heißt dieser kleine Fisch, der da rein schwimmt? Nemo. Nemo schwimmt da rein. Nein, dieser... Ach, du weißt schon, was ich meine. Oh, du hast recht. Trotz des Monsterlandes hier, also das so offene See, passiert hier nischt. 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 Jetzt wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt mal zu angeln für dich. Oh. Du hast recht. Warte, ich hole mir einen Wurm. Haben wir überhaupt einen Wurm? Ja, mindestens einen. So. Und jetzt wählen wir mit Kuh die Angel. Und loslassen, um die Schnur auszuwerfen. Habe ich da jetzt was dran gepackt? Nein, braucht man glaube ich nicht. Aber wozu sind die Würmer denn da? Und kochen. Dass so gut ist, dass man so schnell fährt dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen dazu auf hoher See anhalten. Rubinroter Punchstieber. Na? Weiß der an? Na? Ne, der schwimmt einfach mal davon. Oder was? Ja. Der schwimmt einfach mal davon. Auf was schießt du? Auf äh... Fische. Die Insel? Achso. Also ich glaube... Ja. Ich will trotzdem hier einmal angeln. Ich glaube... Mit nem Wurm kann man besser facken. Auch guck mal, hier vorne sind ganz viele Fischis. Deswegen angele ich jetzt hier mal kurz. Ich muss kurz angeln, bevor ich dir helfe. Hier sind voll viele... Planzschieber. Den schnapp ich mir! Boah! Wie kann man den denn... Wie muss man den denn reindrehen? Der stand da natürlich nicht. Keine Ahnung. Hier ist ziemlich viel Schießpulver. Oh, sehr gut. Ich bring das mal ein bisschen von unserem Schiff weg. Ja. Ich fürchte, dass diese ganzen Fischis da hinten... überhaupt keinen Bock haben anzubeißen auf nem blanken Haken. Wieder gar nix. So, jetzt. Ob ich mit rechts irgendwas machen muss. Denkst du dran, den Schlüssel gleich mitzunehmen? Ah, das geht gar nicht. Den Schlüssel. Ja. Ich bring den Schlüssel mit. Ich hab's verkackt mit dem... Sag nochmal, was da steht. Äh... Unter dem Torbogen... Irgendwie sowas. Irgendwas mit... Ah ja. Ich wär doch schon verfolgt. Ich komm zu dir! Nur, dass du Bescheid weißt. Hallo! Der kommt einer nämlich mit ner... Sehr gut. Ja, ich äh... So, der andere ist da irgendwie so... hingespawned, geflext. Keine Ahnung was. Ähm... Ich lese nochmal kurz, was da drin stand. Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Ein großer Bogendurchgang der Insel. Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht? Gibt's hier nicht? Bogendurchgang der Insel. Bogen durch... Doch, irgendwo wird's eingehen. Gibt's hier nicht. Hier ist eine. Wo ist hier? Da oben. Oder? Unter dem großen Bogen durch. Nee, das ist kein großer Bogen durchgang. Nicht? Hallo Schweinchen. Ich bin jetzt hier quasi ganz oben. Wo hast du einen? Aha, da hinten. Komm ich da hinten mal hin. Hier ist auch eine Schlange, die sich schlängelt. Große Schlange schlängelt sich. Ich wette hier ist es. Unter dem Bogendurchgang. Ja. Wenn du darüber mal genau nachdenkst, ne? Nein. Gut. Ich wollte nur, dass wir... Nein. Gut. Und ja. Gut. Wollte nur, dass wir beide darüber einmal geredet haben. Guck mal. Ja. Ich guck. Und guck ich guck. Hier sind Schlangen und guck mal. Und da rennt einer mit einem Fass. Oh, dann hauen wir mal ab. Ja. Genau. Ich brenne. Du brennst. Warum tust du das? So, eine große Schlange schlingelt. Da muss ich irgendwo den... diesen... diesen... steigenschlüssel reinstecken. Weiß ich nicht. Kannst du ja mit rechter Maustast irgendwie hochhalten oder so? Ja, ranhalten, ne? Hier, mach das mal hier. Direkt unter den Torbogen. Hier so ranhalten? Ranhalten bringt nichts. Mhm. Mhm. Unter dem Torbogen. Wo die große Schlange sich schlingelt. Ich kann ihn nur nach vorne halten, ne? Ja. Geht nicht. Aber bei Rätseln macht man das meistens so, damit er dann... Ja. Darf ich mal? Ja, darfst du gerne, ne? Lies nochmal die Inschrift, bevor du sie hochnimmst. Ja. Sollen wir es mit... Also, unter dem großen Torbogen schlängelt sich die Sandschlange, ne? Im Sand. Im Sand. Warte, ich lese nochmal. Warte, im Sand. Warte, das ist... Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Ja, und ich sage dir, der meint... Der meint erstmal... Erstmal müssen wir graben, ne? Ja, ich glaube. Oder? So, entweder hier. Vor den Schlangen, oder da irgendwie so. Ich hab hier bisher Nomaden. Hm, ich hab die gegessen natürlich, ich Idiot. Und damit öffnest du nachher den Tresor nur, ne? Jo, danke. Hast gemerkt, ne? Ja, ja. Und die schmecken gar nicht so schlecht, die Maden. Also, in dem Sinne... Hier wurde vom halbgaren Essen schlecht. Also, man kann die Maden auch kochen. Ja, ist ja... Oh, im Strahl. Hier, guck mal. Das sieht sogar ganz... Das sieht aus wie Slimer. Herzlichen Glückwunsch. Also, irgendwie... Ne, ne? Ne. Irgendwie doch nicht, ne? Oh, man kann den hier begraben. Achso, wahrscheinlich aber nur bei... Ja. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Gibt's hier vielleicht noch einen anderen Bogendurchgang? Sofälligerweise auch mit Schlangen. Mit Schlangen. Also, das täte mich schon echt wundern. Wenn dem so wäre. Aber vielleicht ist der hier einfach nur in der Nähe. Wir müssen da durchgehen oder so. Und dann ist es auf der anderen... Irgendwo in der Nähe ist der... Weißt du, wie ich das meine? Ja. Der Tresor. Sehntürchen aber nicht. Auch nicht irgendwie eine Öffnung, wo man das reinstecken könnte. Oh, hier sind Kanonkugeln. Auch nicht schlecht. Oh, grad. Ich guck nochmal nach dem anderen. Hm? Guck mal hier weiter auf den kleinen Felsen, ob man hier irgendwas sieht. So, ob man wirklich erst den Tresor ausgraben muss. Die Idee fand ich ja eigentlich ganz gut. Dass man das ausgraben muss, ne? Ja. Ja, ich auch irgendwie, aber... Feinbar? Fein. Da kann man sowieso nicht graben. Auch Nomaden. Na ja, auf der anderen Seite sehe ich hier auch nichts. Was haben wir denn noch für eine Mission? Achso, das ist das, ne? Der tiefe Atem. Der Meer ruft aus den Tiefenheraus. Suche danach in einem Schreien. Ne, das ist eine andere. Eine andere, ja. Hm. Hm. Oder... Also da drunter... Der Schlüssel war nochmal da unter dem Tüdelüt. Flaggen-Tüdelüt. Muss man trotzdem nach oben oder so? Kann auch sein. Ne, ich werde hier angegriffen. Komm zu dir. Oder ich glaube, geht. Alles gut. Ich komme trotzdem zu dir. Soll ich hier? Geste mit Lumpen und Knochen. Dann lass ich nochmal liegen. Hm. Guck mal, bei ihm kann man Tay Dox Swift untersuchen. Oh ja. Okay. Alles klar. Ich gehe mal hoch auf diesen Torbogen. Vielleicht. Vielleicht ist da oben irgendwas, ne? Das würde zwar irgendwie... Fast nicht so hundertprozentig, aber... Nicht so wirklich. Hier ist wieder so ein Riesenvieh irgendwie auferstanden, oder was? Ne. Hä? So, ich bin jetzt oben. Komischer. Hier ist aber auch nicht wirklich was. Ne, ne? Hier ist irgendwie... Ja, nichts. Ne Kiste. Also ein Fass. Aber das... Ja. Irgendwie... Hm, das nervt so ein bisschen, oder? Ja. Die Dummheit von uns, oder? Guck mal bitte hier. So, wenn man... Sind wir denn auf der richtigen Insel? Das ist jetzt ja auch so die Frage, aber... Mermaids hide away. Und das ist es auf jeden Fall. Oder nicht. Doch. Das hat er uns ja auch gesagt. Man kann das ja nur im Schiff sehen, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, wir haben da einen Torbogen. Und da sind Schlangen, also... Richtig. Ich geh aber trotzdem einmal an Bord. Einmal gucken, ne? Kann ich schaden. Guck mal, hier ist ein Typ mit einem Anker. Ist auch schon mal was. Ähm. Dann kannst du mir gleich nochmal vorlesen, was da drin stand. Also irgendwie... Also wir sind hier Mermaids hide away. Gut. Das ist auch der Schlüssel. Genau. Steinschlüssel von Mermaids hide away. Und der Schlüssel sagt aus... Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Schlängelt sich durch den Sand. Vielleicht müssen wir das Ding da einfach hinstellen. Den Schlüssel. Einfach da auf den Boden stellen. Wirklich? Habe ich aber einmal gemacht. Ich habe ihn dir ja übergeben, ne? Ja. Ja, aber vielleicht waren wir da irgendwie ein bisschen weit ab gerade. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt... Ich meine, es kann auch wirklich sein, dass es ein bisschen weiter weg ist. Weil sie schlängelt sich ja durch den Sand. Oder brauchen wir eine Schlange jetzt? Hmm... Eine sehr gute Frage. Ich buddel einfach. Ich bin der Buddler von uns beiden. Ist hier denn irgendwas, was aussieht wie eine Schlange im Sand? Abgesehen von den Schlangen, die jetzt hier oben links und rechts drauf sind. Das hier ist ja keine Schlange oder doch. Weiß ich nicht. Ist das eine Schlange? Ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Ich habe ja aber nur Regenwürmer. Hmm... Im Sand unter. Also es muss ja im Sand da drunter sein. Irgendwo. Ich bin jetzt fast ganz drunter. Da ist die... Da sind Schlangen. Oder nicht? Doch, das sind... Hmm... Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wir sind echt ein bisschen... Äh... Unbeholfen jetzt, ne? Ja. Auf jeden Fall ist der Gruppe aufgewacht. Ich sag noch. Wie wird lohnt er hinter dir? Ja, das hast du aber gesagt. Ja, es fiel mir auch zu spät auf. Wenn auch keine Schlange. Ich bin gerade. Ich bin... On board. On board. Ich komme gleich dazu. Dann gucken wir nochmal. Also ich... Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem Bogen durchgang der Insel. Durch den Sand. Schlängelt sich durch den Sand. So, so. Kommt hinten ja irgendwo wieder raus. Vielleicht ist es denn hier draußen. Haben wir hier schon draußen gebuddelt mehr? Ja, hatten wir schon, ne? Ne, ich bin an board. Ich... Ich guck mal eben kurz. Nicht, dass wir hier... Oh, da kommt ein Schiff finden? Ja. Fällig? Aber vielleicht... Ich glaube, es fährt weg oder fährt es im Kreis? Achte mal drauf. Ich guck dir weiter. Ich bringe unser Schiff mal ein bisschen dichter zu uns. Ja. Hm. Ich glaube, das andere fährt weg, aber... Ist in der Dunkelheit schlecht zu sehen. Hast du den Steinschlüssel noch? Ja. Hier erscheinen auch gerade wieder ein paar Leute. Und den... Ich hab den noch in der Hand, ja. Hm. Ich geh hier vorne vorne hin, ne? Ja, ich lege ihn mal hier vorne hin, den Steinschlüssel. Weil ich kämpfen muss. Ich hab ihn. Ähm... Meer der verdammten Feuerwerksküste und ne. Es wird hier irgendwo sein, du. Und wenn hier irgendwo was ist, wo man den rein... hinstellen muss? Hab ich auch gedacht. Irgendwas, wo man ihn rauf, stellen, rein stellen muss, aber ich... Hier! Komm mal her! Was? Willst du mich verarschen? Verarsch mich doch. Hier steht... Sogar Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Lecke mich am Arsch, wir sind zu dumm. Haha! Hier ist er! Mach du das! Oh geile, dokele! Dann... stellen wir ihn mal hier rauf. Putem platzieren! Mann war das einfach! Oh man... Ah, cool! Guck mal! Da öffnet sich jetzt ein... Felsen. Gute Nummer. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist wirklich cool. Aber wie doof wir sind, ne? Oder? Ja, voll. Aber gut. Liebe Leute, wir brauchen Tipps von euch. Oha! Hier hinten öffnet sich noch mehr. Boah! Guck mal! Das ist wohl ne Schatztour, würde ich sagen. Alter! Das ist ne Schatztkammer. Lösung eingeben. Wir brauchen ne Lösung. Ansonsten... geht wahrscheinlich das Tor hier zu und wird geflutet oder so. Und was passiert doch hier schon? Was ist denn die Lösung? Er fordert Tresormedallions. Steinblöck drehen. Ach so. Hier oben, ich habe ein Schlangenmedallion gefunden. Ja. Man muss auch hier die Steinblöcke drehen scheinbar. Weiß noch nicht worauf, ne? Ja. Wurde Schifffrigen, hier nehmen. Kann man ganz viel Gold aufnehmen. Ja. Ola, die Wald fehlt. Ja. Das heißt, wir haben noch nicht Schlangen mit Schlangen. Der produziert das hier die ganze Zeit Gold, oder was? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da haben wir das ganze Gold mal ein. Kriegst du davon auch was ab? Ja, das kriegen wir beide, glaube ich. Ist schon mal gut. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, was hier die Lösung ist und wie wir das machen, ne? Ja, uns fehlt auch noch so ein Schlangenmedaillon. Ja. Hier ist noch so ein Kelch. Silberter Kelch. Ich schmeiße hier gerade alle runter. Ah, okay. Ach, da sind auch noch überall Kisten. Alter Schwede. In den Kisten was drin noch? Nee. Ah, ich habe das dritte Schweine, äh, Schweinemedaillon. So, warte. Guck mal, hier. Hat sich. Lösung eingeben, oder was muss man denn machen? Achso, nee. Ruhe, habe ich schon. Dann ist das zweite. Schlüssel, Schlüssel? Nee, Schlüssel, Schloss. Aber auch schon. Wo kann man denn was machen? Und hier muss auch Schlüsselschlossen hier an diesen Dingern hier. Welche Dinge? Die du hier drehen kannst. Die, die du hier kannst du drehen. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, das Tor ist zu. Äh, hast du drauf gedrückt? Nee. Okay. Dann sollen wir es. Ich nehme die Tour des Seefahrers mit. Ich glaube, wir werden sterben. Was haben wir denn falsch gemacht? Ah, oder wieso ist das Tor zugegangen? Gibt es eine Zeit, die abläuft? Ja, das ist mit der Zeit zugegangen. Alles klar. Dann werden wir ertrinken. Ich glaube. Dann machen wir zu gierig. Und man hätte einfach rausrennen müssen, ne? Ja, wahrscheinlich. Die Sachen nehmen müssen und rausrennen, oder? Ja. Oder hier nochmal was. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Biete dem Fährmann die Seele an. Ja. Gut. Was für eine geile Aktion. Geile Aktion, super Ende. Leute. Liebe Leute. So macht man es nicht. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ein paar Spiele-Kommentare. Wir waren ruhig, meinetwegen. Und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. Ahoi, ihr Landratten. Tschüss. 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 Tschüss.